Willkommen zurück zu der nächsten Folge Tom Waller mit eurem Patricks22LP Aha da kommt man auch nach oben auf jeden Fall genau dann gehen wir da mal ganz geklappt einen Moment kommen wir nicht hoch gerade so wie kommen wir am besten ist wir hier runter immer ein bisschen hoch hier ne selber das ist auf jeden Fall noch ein versiegiges Gebäude Gehen wir noch mal zurück siehts besser aus da kommen wir besser runter Aua sorry er wollte es nicht so tief fliegst das können wir in Rumatikapulti absuchen oh das ist aber sehr baufällig nach zwei Wochen erhielt ich eine Audienz bei ihrer Majestät Himiko von Yamatai ich muss gestehen eine Frau wie sie habe ich noch nie getrennt betroffen schön aber rätselhaft ja berechnen sogar sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne da ist kein Mann außer dem General ihrer Armeen als ich sie alleine traf wurde mir klar dass sie nicht ist was sie zu sein scheint mein Herr wollte dass ich spioniere die Stärke ihrer Truppen ermittle doch nun scheint es als ergründe sie mich mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt ich weiß nicht wie stark die Sturmwache ist aber ich bin mir ziemlich sicher dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre so wie du hast das trotzdem getan dieser Mensch ne Notwendest der Ding mach mal die Funktion oder was danke ich muss ihm mal sofort die Fackel anmachen müssen 1 PIN 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 Da um das Fehl sûr Ah! Das ist doch nicht so gut, was ich? Noch ein anderer Weg? Nein! Oh, Mann! So ist doch nicht da runter! Dann gehen wir noch mal da hoch! Da ist bestimmt noch verwirrt! Woh! Woh! Da drin, weil es so verspüssen wird! So! Einen Moment! Ich muss einen Kurs machen! Wir sehen, ob das Gleis liegt! Mein Gott! Nehmen wir überhaupt jetzt richtig auf? Oder hat er wieder nur einen Black Screen hier? Ne, wir nehmen richtig auf! Das ist dann gut! Da ist die Kunst aus! Sie sind Gegner! Oh shit! Oh shit! Wir gehen los! Wir gehen los! Feuer getätig! Wir sehen! Wir sind sie rauszutreiben! Alles klar! Sie sind auch hier so! Komm her! Wir haben sich zu umgehen! Ziehen wir's doch! Tja, Tja! Tja, Tja! Tja, Tja jetzt an! Tja, Tja jetzt an. Tja! Tja, Tja! Mein Gott Lass doch einmal das Sind wir ein bisschen ungestüm in der Situation reingegangen ist gerade Und ich bin ein bisschen ungestüm in der Situation reingegangen ist gerade Oh, genau Ich kann sie messen. diese schätze ich muss rüber oh 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 Vielleicht sind Vorräte an Bord. Oh, der Gestank! Oh, der ist ein Mann. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Du lügst. Ich weise mich mit ihm getürmt. Bitte! Nein! 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 Wir wissen, wie wurde Gestankhälpung. Was ist denn los? Der Somali ist total recht. Schon wieder? Irgendwas von dem alten Mann? Nein, er ist ein harter Hund. Aber er kommt nicht weit. Was ist mit den anderen? Wir haben sie in die Höhlen gesperrt. Ich verstehe nicht. Warum lässt Vater Matthias sie am lieben? Wegen des Mädchens. Wir wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Schatz. Ich hoffe, dass sie nicht sind. Wir haben so lange gewartet. Bald wissen wir es. Die Zeremonie ist bei Sonnenuntergang. Scheiße, helft mir mal einer! Vorrücken, ja! Scheiße, falsche... Komm! Halleluja! Lass die Funzi aus! Ist schon knapp, Mädel! Oh, das tut weh! Ist schon schwer verletzt, verdammt! Oh, du musst sterben! Dafür sorg' es! Dann! Dann! Oh, du musst sterben! Oh, du musst sterben! Oh, du musst sterben! Oh, du musst sterben! Scheiße! Oh, du musst sterben! Entschuldigung! Oh! 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 Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Boah, alter Schwede Was für eine große Lass die Facki jetzt aus Lass die Facki jetzt aus Mädel, bitte Boah Alter Schwede So, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht Ich brauche erstmal eine Aufnahmepause Dann schaltet wieder ein in der nächsten Folge Tomwalder, wenn es heißt Patrick 22 EP Spiel Tomwalder Wenn ihr neu dazu gekommen seid Lasst gerne ein Abo da Abonnieren ist bei mir kostenlos Wenn euch das Lesplay noch nicht gefallen hat Dann schaut doch noch ein anderes Lesplay von mir an Und übersorgt euch selbst Dass das dieser Kanal der Beste für euch ist Und ihr könnt auch gerne mir in Kommentare Tipps und Anregungen schreiben Die werde ich dann auch befolgen Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da Wenn euch das Lesplay gefallen hat Ansonsten lasst einen Daumen nach unten da Dann weiß es auf jeden Fall Ob das bei euch gut ankommt oder nicht Bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.